Kawabanga! Herzlich Willkommen zu Move or Die! Ich bin Melf und spiel mit Jonny und Jimmy, äh, äh, Connell. Kawabanga! Meine Schildkröten-Twirals! Wir spielen wieder Move or Die. Äh, hat sich einiges getan, als wir letztens gespielt hatten. Connell, hör auf! Im Beispiel bin ich jetzt dabei und ich hab das noch nie gespielt. Oh Mann, ich hab leider keine neuen... Hier stand ich versprungen. Farbrausch... Ach ne, Farbrausch mag ich nicht. Warum hab ich Farbrausch gewählt? Äh, hier Statischer Sprung ist ein cooles Spiel. Wir haben leider nicht so viele neue Spiele. Es gibt neue Spiele, es gibt so coole Spiele. Wie ging denn nochmal die Störung? Äh, laufen und springen. Wichtig... Mehr kann man nicht. Ja, du darfst nicht stehen bleiben, äh, Jonny, ne? Oha, du willst schon? Ja, okay. Das ist echt verwirrt, was? Ist das alles verpickselt denn? Alle sind nackt, was? Was? Nein! Mutator. Wie dumm ist das denn? Warte mal, gehst du los? Äh? Ah ja. Ich dachte schon... Hä? Man sieht uns ja voll! Mann, das ist ja echt schön, dieses Spiel so kennenzulernen. Ich hab das noch nie gespielt. Ja, du musst jetzt... Mann, die wichtigste Regel ist, bewegt dich, sonst stirbst du. Ja, aber... Wenn du stehen bleibst, dann leert sich dein Balken unten. Ansonsten musst du jetzt den anderen erschrecken, weil wir geistert sind. Nur wenn du uns nicht sehen, aber durch dieses... Not safe for work, sehen wir uns halt. Was soll das? Hä, bin ich tot? Ja. Das war jetzt ein bisschen fake alles. Ich versteh gar nix, Mann. Da steht immer, hier wisch zu viel Farbe wie möglich auf. Die sauber ist gefährlich. Das hab ich verstanden, aber hier stand nur, pass auf den Mutanten auf oder sowas. Ja, 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 wir haben Mutatoren jetzt, das ist äh... Was ist das für eine Scheiße, ey? Jetzt müssen wir hier sauber machen. Können wir nur ganz normal springen? Ja, ja. Hä, ich seh gar keine Farbe, wollt ihr mich verarschen? Hä, die da an der... Guck doch mal oben, ist doch alles voll! Ich hab nicht gewonnen, oder? Nee, ich hab gewonnen. Nee, was? Nee, ich hab gewonnen. Kornel. Okay, wir hätten auf 10 Minuten stellen sollen, glaub ich hab egal. So, jetzt einfach die Bohnen anmalen. Warum ist denn diese Mutation das ganze Spiel über? Nein, ist nicht das ganze Spiel über. Hä, Alter, ein Dreck. Es ist nicht das ganze Spiel über, aber der wechselt gleich nach ein paar Runden. Kornel, ich mag das Spiel nicht. Ja, Johnny, das... Kacke jetzt, automatisch. Oh, das war knapp. Als du auch gewonnen hast. Das war knapp. Das war scheiße knapp, ja. Johnny, ausgerechnet du hast den Mutator auch gewählt, ne? Johnny? Nee, ich hab den gewählt. Ach du. Der macht mich natürlich sehr schwer für einen Stecker gerade, finde ich. Was muss ich machen? Der, der am längsten den Hut auf hat, der hat gewonnen. Welcher Hut? Den ich gerade aufhabe. Den ich gerade aufhabe. Den man ja so wunderbar sehen kann. Der da! Als ob du den nicht gut gesehen hast. Da, guck, guck, guck! Ich sehe jetzt gerade alles zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, das war gut. Was meinst du, wie es Neugeborenen geht, Johnny? Yes! Die meckern auch nicht die ganze Zeit. Nee, ich war gar nicht der Gewinner. Du warst der Gewinner. Nee, ich war der Gewinner. So, jetzt geht der Boden unter uns langsam weg, Johnny. Das ist alles ne Verschwörung. Habt ihr ja absichtlich gemacht, um mich zu verwirren. Der Boden geht weg. Merkste, ne? Ja, ich bin down. Hab ich gemerkt. Du hast gesagt, der bleibt nicht die ganze Zeit, der Mutator. Ja, der bleibt doch nicht die ganze Zeit. Ja, wann ist denn der weg? Ja, weiß ich nicht. Was beschwert ihr euch denn? Das ist ein neuer Spielmos. Den kennen wir so nicht. Du musst dich aufladen mit X. Und dann gegeneinander laufen. Und dann kommt da sowas. Oh, wow, Johnny! Hast du gesehen, wie du über den drüber geflutscht bist gerade? Ich hab mich überhaupt nicht gesehen. Alter, bam. Ich kann diese Pixel nicht unterscheiden. Du bist grün! Ja, aber... Hier, neuer Mutator. Jetzt hab ich mal einen wählen. Mutator. Ich wusste nicht, dass das so ist. Es gibt Doppelsprung. Ich mach Stabilisator. Mal gucken, was das ist. Alter, kann man nicht wegschassen. Der früher Spieler ist langsamer, der letzte schneller. Ah, ist das witzig. Das ist jetzt hier zum Beispiel voll der Vorteil für euch. Weil ich jetzt langsamer bin. Alter, die Farbe im Hintergrund. Ja! Das hab ich überhaupt nicht geahnt. Geahnt? Das hab ich überhaupt nicht geahnt. Ja, hab ich auch nicht. Weil ich jetzt so langsam bin, komm ich hier gar nicht hoch. Ich kann nichts abwischen. Was? Auch nicht. Was ich voll cool finde, ist, dass da jetzt so eine Anzeige angezeigt wird. Der führt. Alter! Du hast gewonnen, Johnny. Geil. Guck jetzt direkt, wo ich mich sehen kann, dann ist auch alles gut. Also das Spiel läuft auf jeden Fall besser, als wir das zuletzt gespielt hatten. Ja, läuft richtig gut, oder? Alter, das ist auf jeden Fall, die Steuerung ist richtig smooth. Ja, das geht mehr so um die Serverprobleme, die wir da hatten. Ja, ich kenn das Spiel ja nicht. Wäre ja sein können, dass das vorher nicht so nice war. Easy. Ja, ich bin halt auch langsamer, ne? Das ist halt voll unfair. Ja. Warum denn? Ja, wegen dem Mutator. Jetzt ist die Weißer schlecht zum ersten Mal richtig. Genau. Achso. Du bist halt unsichtbar. Hä? Ich bin nicht unsichtbar. Warte, warte, und jetzt? Was muss ich machen, wenn ich unsichtbar bin? Du musst halt, wenn du im Umkreis von einem bist, dann musst du X drücken. Ah, okay. Shit. Okay, verstehe. Ja, ich hab's jetzt verstanden. Und wenn du keinen triffst, dann bist du halt benommen. Ja. Genau. Ey, das ist eigentlich voll nice. Hä? Ich wurde runtergepackt! Oh Leute, ich liebe. Habt ihr das auch so gesehen? Hä? Oh Gott, ich hab diese roten Dinger am Rand gar nicht geahnt. Schon wieder. Ich muss mir das auch gewöhnen. Okay, ich dachte, wir können zwei Runden spielen, Mech. Ja, ja, klar. Was soll ich einatmen? Also, man muss einfach X gedrückt halten. Wie? Ja. Ja, wir müssen uns, äh, genau. Komm her. Oh mein Gott. Wieso bin ich tot? Weil du in so ne... Hä? Wie ist dir das passiert? Ey, ich hab dich da reingestopst. Wieso hab ich einen Punkt bekommen? Konrad gewonnen, der Ekliger. Der, 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 der Letzter kriegt einen Punkt, der danach zwei und der Gewinner nach fünf, glaube ich. Okay, das war mal ne Übungsrunde. Ah, war ne Übungsrunde. Jetzt geht's richtig los. So, ich möchte jetzt ein... Boah, komm, 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 was geiles, was geiles, was geiles, was geiles! Was ist das denn? Jetpack-Mutator freigeschaltet. Ah, okay, cool. Was ist das? Ah, okay, der Not Safe for Work freigeschaltet. Ja, ich hab ein neues Spiel freigeschaltet. Unter Wasser-Mutator freigeschaltet? Ah, Alter. Einfach gar nicht. Ich hätte aber lieber einen Skin gehabt, ehrlich gesagt. New Item. Ah, ich hab einen Skin bekommen. Alter, laber nicht. Ein üblicher Skin. Oh, scheiße. Okay. Äh. Alter, guckt euch meinen Skin an. Ja. Ja, den hat mich bekommen. Ihhh, was? Das ist ne Fliege, oder? Ne, da steht bloß Fly. Speed Lauf? Ja, sag ich. Ey, die Fremmer, Alter. Schleister Schreck ist cool. Hey, wo ist denn der neue Modus? Schnelllauf. Ah, guck mal, Schnelllauf heißt nicht mehr Speed Run. Oh, wobei, Moment mal. Moment mal. Ich hab nur eingedeutscht. Und es gibt bei Schnelllauf gibt's neue Maps. Ernsthaft. Wie cool der Charakter aussieht. Okay. Ähm. Mach mal Skin-Vertauscher. Mach mal Not Safe for Work, das war voll cool. Hey, du hast dich die ganze Zeit beschwert. Das war auch sarkastisch gemacht. Ich tausche ständig ihre Skins. Jaja, das ist lustig. Also mitten im Spiel auch. Oh nein. Okay, das ist cool. Und dann hab ich Raketen. Oh shit. Kann ich eigentlich hier im Spiel die Option ändern? Warte mal. Oh, nice, Alter. Ah, ne. Als ob der mich getroffen hat. Hahaha. Geil. Also. Der Gedärme, ey. Das gibt's doch nicht. Wie, als letzter übrig. Was möchte ich denn machen? Ey, du darfst nicht in diese Energiewolken da rein. Das war nicht so gut. Hast du gesehen? Ich hab mich leider verwechselt. Aber wozu drückt man X? Damit du dich auflädst. Und dann werden die Dinger größer, oder? Ja, dann wirst du halt. Dann kannst du halt wegkauen. Wow. Das war ein nicer Move, oder? Ey, das ist glaube ich ein neuer Modus. Passiere Blöcke über deinen Kopf mit X und kletter höher. Ah, das ist ja cool. Ach, krass. Aber man muss sich ja auch die ganze Zeit bewegen. Oh nein. Oh. Nein, geh weg. Nein, du Arschloch. Ich hab's voll verkackt, ey. Ey, das war ja voll schwierig. Ja. Man hätte vielleicht einfach mal ein paar mehr Blöcke setzen sollen. Im nächsten Moment wäre ich auf jeden Fall gestorben. Ah, shit, ey. Oh nein. Boah. Boah, aber schlecht von mir. Nein. Oh, du dumm. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich viel weiter springen kann. Wir hätten nicht Ultimate Chicken aus Wolf zu gehen sollen. Stimmt. Es gibt einen Doppelsprung. Jetzt auch nein. Wo ist der Hut? Oh, ja genau. Okay, okay. Den Modus hab ich noch nicht ganz verstanden. Okay, man muss diesen Hut kriegen, oder was? Ja. Ich hab ihn, dui. Ich hab ihn nicht mehr. Oh nein. Guck mal her. Oh, shit. Oh nein. Das ist sehr gut. Los. Oh, da fick dich, ey. Also wenn ich das nicht jetzt vom Ring gewonnen hab, dann weiß ich auch nicht. Was ein Lacker. Einfach nur ein Lacker. Ein bisschen. Da ist der Schreck. Ich hab hier übrigens in der Sprache schon auch noch einen Zahn. Okay. Das tut ja auch. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verstanden hab. Oh, wow. Double Kill, Alter. Wow. Da bin ich nicht gerecht, ne? Ey, Johnny führt. What the fuck? Was? Nein, Mutat oder so will. Komm, jetzt ist mal mein Zug. Auch mal nur. Wir durften doch gar nicht, oder? Licht aus? Na, mach doch, dass wir nicht hatten. Licht aus. Aber dann ist das Licht aus. Das hört sich schon wieder richtig schlimm an. Oh, shit, ey. Oh, das ist ausgerechnet mit der Rakete jetzt, wo man ausweichen muss. Ich hab Angst im Dunkeln. Boah, hier ist ja alles voll mit... Oh, ist das fies. Ich weiß nicht, wo ich bin. Man hat ja keine Ahnung. Was? Nein! Man versteht ja nicht. Easy, Alter. Jawoll, schnell auf im Dunkeln. Alter. Oh nein. Ist das die selbe Mip? Das ist die alte Mip, ja. Ja. Sorry, ich wusste das. Ich bin so ehrlich geworden. Ich dachte, ich wäre Cornel. Ich bin extra... Oh nein. Ich bin so gut, ey. Ja. Au. Ich war ansatzweise Cornel, ey. Ja, aber ich hab trotzdem gewonnen. Oh, jetzt hat er aufgeschlossen. Wirklich. Das war so lustig, wie ich wusste, dass es da kommt und ihr dann... Das ist auch hart. Und man ja gar nicht weiß, ob die Blöcke noch da sind. Hä? Was denn? Wow. Wurde ich grad durch den Boden durchgedrückt oder so? Ne, die ist halt wahrscheinlich weggegangen unter dir. Ja, das war richtig merkwürdig. Das... Ist doch scheiß, dass man aufeinander raufspringen kann. Daran bin ich noch nicht gewohnt. Also ich find's nicht wirklich scheiß als Element, sondern ich konnte mir nicht klar. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh, locker. Nein. Was? Du bist oben gegengeschwungen. Ja, ich wusste, dass oben das ist. Ja, weil's dunkel war, ne? Da braucht man eine ganz andere Taktik für das Ding. Oh. Man hat ihn gehört. Ich wollt's grad sagen, wo ist der Scheißhut denn? Kannst du ihn vielleicht... Hä? Wo ist er denn? Nein! Hallo. Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Könnt ihr ihn mir einfach ein bisschen auch überlassen. Ja, ja, ich hab ihn. Okay, das... Nein, nein. Einfach einfach... Hä? Wie schnell der immer wieder weg ist. Das gibt's gar nicht. Was? Da oben ist er... Ich komm nicht dran! Wieder rauf! Nein, was? Ne, Grün hat gewonnen. Was? Was? Wie? Ich dachte, ich war vorne. Und Heiko hat wieder was gewonnen. Was? Ich glaub, es geht gar nicht darum, wer ihn als letztes hat, sondern wer ihn am längsten hat. Ja, wer ihn am längsten hat. Oh, was war ich denn da? Oh, nee. Johnny, Sonne ist so eiskalt, ey. Bam! Ja! Was? Du hast mich verfehlt und dann hab ich gekonnt. Echt jetzt? Du musst mich ganz, ganz knapp verfehlt haben. Alter, das gibt's doch gar nicht. Alter. Nice! Ja, GG. Ich liebe dieses Spiel einfach nur. Das macht Spaß. Das ist so gut, oder? Das macht wirklich Spaß. Ich hab dir das Geschenk bekommen. Oh, Mann. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dass du positiv hattest, dann sind wir rein, wenn wir was cooles spielen. Wie Move for Dice zum Beispiel. Bis dann. Tschau! Tschau! Tschau!